Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Izzy! Izzy! Oh nein. Izzy, Izzy, Izzy! Oh nein, das ist ganz und gar nicht gut. Izzy, ich muss dir was erzählen. Izzy, bist du da? Izzy! Izzy! Oh. Willkommen in der Autovermietung. Cheesy Izzy, was kann ich für Sie tun? Äh, Cheesy Izzy, ich muss dir was erzählen. Das ist nämlich was ganz Schreckliches passiert. Und zwar gab es einen Chemieunfall in der Stadt und das ist auf einmal so gewesen, dass deine DNA dort gefunden wurde und dann wurde es einfach eine Millionen Mal geklout und jetzt ein ganzes Klon aggressiv und jetzt ist es dann auch einmal... Und auf einmal ist da was ganz, ganz Schlimmes passiert. Izzy, und ich muss jetzt hier dich holen und dann müssen wir da hingehen und müssen diese ganzen Dinger besiegen und das ist ganz schlimm und ich muss hier weg. Ahhhh! Das war... Izzy, Izzy, komm jetzt raus. Wir sind hier in der Autovermietung. Ich mach dir nichts anderes. Izzy, ist das ganz Schlimmes passiert. Du musst mir helfen. Das ist was ganz Schlimmes passiert. Und zwar ist das Schlimmeunfall. Können Sie nicht lesen, Herr Lars, oder so? Da steht an Autovermietung. Sehen Sie das nicht? Hier, vorne. Sehen Sie das? Hier. Auto... Oh. Das ist doch ein Hotel. Das ist doch ein Parkhotel. Parkhotel? Izzy, hör mir zu. Ich weiß jetzt nicht genau, was du gemacht hast, Izzy, aber es ist etwas ganz Schreckliches passiert und zwar... Komm einfach mal mit mir mit. Ich werde dir das zeigen und du wirst dir dann auch denken... Was ist passiert? Genauso wirst du dir das denken. Was passiert? Wenn ich das Gesicht gesehen habe, Lars, da dachte ich genau das. Hey, sag sowas nicht. Es tut mir leid. Das hat mich aufs tiefste erschüttert. So, du siehst hier schon, du musst auf... Izzy, leg das wieder hin. Hier ist alles, hier ist alles abgesperrt, Leute. Deswegen, wir müssen ein kleines bisschen aufpassen, Freunde. Denn, es ist wieder mal so weit. Wir werden heute wieder gegen... Mutanten kämpfen, genau. Und zwar ist es dieses Mal die Mutanten, Izzy. Oh, guck mal, wie die auf mich zurennen schon. Was? Siehst du das? Guck mal. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Izzy sind richtig aggressiv. Wo bist du, Izzy? Was? Wo kommen die denn alle her? Ich weiß es nicht, Izzy. Ich habe doch gesagt, dass hier ist irgendwie eine Chemiefabrik und sowas. Und ich habe das hier alles ganz schön... Hör mir zu. Ja? Hör mir zu. Ich habe das hier alles abgesperrt. Ich muss hier ganz schnell weg. Bleib mal da weg, bleib mal da weg. Also, das hier ist so ein riesengroßes Chemielabor. Und da haben die nämlich versucht irgendwie Klone zu machen. Und jetzt haben die dich irgendwie, als du da drin warst, dann hast du gepupst und dann haben die deine DNA gefunden und dann... Nein, mach das bitte nicht auf. Mach es nicht auf, Izzy, bitte. Izzy, mach es nicht auf. Izzy, hör auf. Okay. Izzy, du darfst es nicht aufmachen. Guck mal, wie aggressiv die sind. Die schreiben schon Punkt, Punkt, Punkt. Das sind Tausende. Lass mal zählen. 1, 2, 3 Millionen, 5 Millionen, 28 Milliarden, 23 Tausend, 100... 1, 9, 4, 3... Komma, 6, 4. Okay, Izzy, ich würde sagen... Einfach so einer mit ein paar Körperteilen zu viel. Okay, pass auf. Izzy, ja, der hat einfach einen dritten Arm. Hier, wir haben da unsere Easy Cheezys, gegen die wir kämpfen müssen. Und dann haben wir da einfach mal noch die XXL Easy Cheezys. Oh, die ist aber hübsch. Die ist mega aggressiv. Siehst du das nicht? Guck mal, wie böse ihr seid. Böse Easy Cheezys. Bau das mal auf hier. Nein, Izzy, hör auf. Izzy, hör auf. Lass es, lass es, lass es. Okay, pass auf. Wir kämpfen heute gegen eine Million Izzy's. Und ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt erstmal aus, weil hier liegen nämlich wieder Rumkisten... Rumkisten? Rumkisten? Voll bedroht. Also, Freunde, wer das ganze Ding hier nicht kennt, Leute, checkt die letzten Videos mal ab oder sowas. Und ich pack das euch oben in die Infokarte rein oder sowas. Das vergisst er eh. Vietnam, nein. Hast du ja noch nie vergessen. Lars, ich werde mich einfach unter die ganzen Izzy's mischen. Ja, du kannst allein gegen die Kämpfen. Ciao. Yo, bist du verrückt? Als ob ich das hinbekomme. Jetzt bock mich doch nicht die ganze Zeit. Aua. Izzy, du bist so richtig Dings, weißt du? So Dings halt. So, ich nehme mal hier Book of Memory. Lars, guck mal, guck mal bitte, guck mal bitte. Ich bin hier vorne, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hier vorne. Wo ist... Ja genau, stell dich mal hier hin. Ach, da bist du okay. Ja, ja, seh dich, seh dich. Guck mal, ich kann die einfach wie so eine Wand hier und dann kann ich da so gegen springen. Und ich komm da an die ran, guck mal, die Box ist immer zurück. Lol. Warte mal, ich schau mal auch drauf. Ah! Oh mein Gott, okay, das wird, das wird glaube ich interessant. Aber ich glaube, die haben es richtig auf dich abgesehen, Izzy, weil die nämlich wissen, die brauchen einen Tribut, weißt du? Also, die müssen die originale Izzy opfern, damit die hier frei sein können. Ah, Hilfe! Izzy, sammle jetzt schon mal deine Sachen ein, weil sonst brauchen wir zu lange. Los, 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 go, 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 go! Ich bin gestorben! Go, go! Never! Du bist doch niemals gestorben, oder? Doch, du bist... Die waren so fies, die Izys! Faul! Faul! Jetzt werde ich mich rächen! Du wirst den Rechen rächen? Ja. Ich werde mich mit dem Rechen rächen. Ich werde jetzt brechen, ja. Ich werde jetzt brechen... Uah! Oh nein! Ich hab gebrochen! Wir müssen jetzt erstmal uns hier komplett ausrüsten mit dem ganzen Stuff und sowas. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz spannende Sache. Oh! Wie gibt's einfach ein Gewehr? Ja, Mann! Ich hab auch grad ein Gewehr! What? Ja, Mann! Ich fetz mir das auch gleich. Nehmt ab, Izzy, Izzy! Warte, nicht reinschießen! Wir machen das gleich! Zack! Okay, das da. Ich nehm auch lieber den Helm raus. Äh, das da brauchen wir auch eventuell. So! Okay, dann haben wir hier nochmal eine Kiste. Es ist halt mega viel Zeug. Hier ist noch ein Dings. Noch ein Schwert. Hast du ein Schwert schon? Nein! Dann nehm ich mal das hier raus. Da ist ne Karte drinne. Hey! Da ist schon gar nix mehr. Izzy, ich hab schon alles gelootet. Ist schon alles gelootet. Nein! Aber hier ist auch ne Kiste. Aber hast du Sachen für ne Base? Die hab ich alle gelootet da hinten. Jaja, ich hab hier Obsidian hab ich ne Menge. Dann hab ich Sand. Du weißt Bescheid. Von der letzten Dings, ne? Von der letzten Folge, die wir gemacht haben, haben wir auch diese Sand-Dingsbums da gemacht. Okay, ist auch schon alles leer. Warte mal, ich geb dir mal ne Waffe. Ich hab nämlich keine Ammo dafür. Guck mal, hier ne Shotgun. Hä? Du hast Ammo dafür, oder nicht? Nein, ich hab nur für die... Die hab ich Ammo. Ich brauch keine Shotgun. Okay. Wie das aussieht, als würdest du dir so ins Auge pieksen damit. Guck. Guck, guck, guck. Siehst du das? Guck mal, ich auch. Ah! Ah! Nein! Wir stecken eine Waffe im Auge. Bam! Okay, cool. Jetzt haben wir richtige Knarren und sowas. Und ich würd sagen, Izzy, wir bauen genau unsere Base hier in der Mitte, okay? Bist du bereit? Okay. Ja, I'm ready. Ich würd sagen... So, wir bauen jetzt hier erstmal die Grund-Dingsbums, den Grundstein. Genau, mit Obsidian hier. Zack, 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 zack. Ich geb dir mal meinen Obsidian, du machst das schon. Okay. Okay, Leute, ich würd sagen, wir bauen unsere Base. Okay, hier machen wir nochmal Lava hin, so. Und hierhin auch nochmal. Freunde, okay, die Base ist soweit es gehen fertig. Izzy, hast du die Leitern zufällig? Ich hab 25 Leitern. Warte, ich mach mal das hier weg, damit es ein bisschen einfacher ist, für uns da hinzukommen. Gib mir mal alle Leitern her, die du hast, damit ich hier nochmal Dings hinbauen kann. So. Danke. Damit kommen wir bestimmt nach oben. Geht das so? Ich hab das am besten so, dass wir dann nicht vielleicht in die Lava fallen. Oh, yeah. Funktioniert? Ich falle, ich meine du. Ich hab irgendwie voll Angst. Okay, ich hab's. Spring doch einfach. Ja, 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 ja. Yeah. Nice. Okay. Okay, hier, dann mach ich nochmal den ganzen Stacheldraht hier drumrum. Ich weiß zwar nicht. Guck mal. Was ist denn? Ich hab die Schwierigkeit erhöht. Komm jetzt mal hoch. Wie, die Schwierigkeit erhöht? Na, guck mal. Du musst erst auf den Kaktus springen und dann an die Leiter. Das ist so ne, so ne Dings, weißt du. So ne, äh. Du baust es ab, wenn du das da hinbaust. Ja, ich hab's, ich weiß. Ich hab's schon gesehen. So, aber mach das so. Ein bisschen weiter weg halt einfach. So. Hier ist alles voll mit Stacheldraht jetzt. Huh. Junge, Junge, Junge. So, dann nimm das da einfach mal gerade mit. Oh, das ist schon alles gewesen. Dann haben wir noch Enderpearl. Zack, zack, zack. Izzy, wie viel Zeit haben wir noch? Enderpearl. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Izzy. Warte mal. Ich guck mal. Izzy, ich glaub wir haben schon... Ich guck mal. Okay, es geht gleich los. Es sieht schon so aus, als wäre es gleich bereit. Ähm, äh, äh, wir müssen noch Dings. Wir müssen noch hoch. Äh, hoch, 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 Leute. Warte, warte. Ja? Der Schwierigkeitsgrad. Ja. Okay, ganz vorsichtig. Du schaffst das, oder? Ist, ist, ist Difficulty 0 an, damit wir Dings, damit wir auch, äh... So, warte. Ich muss hier kurz... Ah, mein Gott, Alter. Da bist du... So, wir machen hier nochmal Barrieren. Ich glaube, wenn ich auf meine Uhr gucke, dann geht's jetzt gleich los. Okay, warte. Chill, 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 chill. In 10. Nein, Izzy, hör auf damit. 9. Nein. Ah. Ich bin noch nicht so weit. Ich kann noch nicht. Du schaffst das, Lars. Okay, warte, ich nehme das Schwert noch. 7. Wir können... Wir haben keine Zeit mehr zum Entchanten. Wir haben nur noch zu wenig... Wir haben viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit, äh, 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 äh. Ah, ich weiß gar nicht mit was. Äh, ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier Lapis... Lapis, so ein Nemesis, Ban. Schärfe. Ich hab keinen Lapis. Deswegen kann ich mich entchanten. Ich entchante mal dein Schwert auch mit Schärfe. Zack. Ja, hier ist mein Schwert. Hier ist mein Schwert. Oh, dankeschön. Dann nehme ich einfach das da. Hier ist deins. Bitteschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lars. Was ist denn? Ich glaube, es geht los. Warte, warte. Nein, es geht noch nicht los. Nein. Haltbarkeit. Zwei. Explosionsschutz. Warum auch immer. Eins. Schutzsicher. Warum auch immer. Dass da... Schutz... Was? Drei... Ein Dreiviertel. Let's go, let's go. Ich bin bereit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die kommen wirklich straight hierher gelaufen. Nein. Aber die sind voll schlau. Guck mal, die laufen da drum rum. Okay, doch nicht. Laufen die einfach in die Lava? Die sind aber... Ich weiß es nicht. Die sind aber richtig zu klein. Aber die leben. Die leben immer. Izzy, pass auf. Du musst da weg gehen. Warte, ich helfe dir. Nein, 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 nein. Ich bin runter gefallen. Ich bin so eine doofe Kuh. Oh nein, nein. Geht weg von mir. Hilfe. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's gesichert. Oh mein Gott, sie sind alle hinter mir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Nimm das ins Gesicht. Oh mein Gott. Du hast dir in den Copwebs gesetzt. Du bist ja schlau. Ja, ich weiß. Guck mal, ich schieße dir den Kopf hier, Izzy. Nimm das. Pass auf. Ich setze sie alle in den Copwebs. Lauf hier mal vorbei. Nimm das. Boah, sind das viele. Okay, ich probier Copwebs, Copwebs. Ganz viele Copwebs. Okay. Ein paar hab ich gekriegt, ein paar hab ich gekriegt. Ich bin selbst, ich bin selbst gefangen. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Komm, wir holen die. Okay. Zack, ich bin fast tot. Ich bin fast tot wie Brot. Mann, dieser dumme Kaktus, den du da hingesetzt hast. Hilfe. Oh mein Gott. Das ist, glaub ich, bisher sogar der schwerste Kampf, hab ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Okay, pass auf. Hier. Vergiftung für euch. Bats. Wie viel Vergiftung? Oh Gott. Die sind alle so stark. Nochmal Vergiftung. Die sind alle so unglaublich stark. Irgendwie bringt das nicht. Ich hab uns mal Schnelligkeit gegeben. Danke. Das brauchen wir auch bestimmt. Ich trinke hier Regeneration. Und. Da. Nimm das. Nimm das. Hier. Ich treff die halt von hier gar nicht. Okay, ich heff die. Ja, komm. Da kommen noch mehr. Jetzt wird rasiert. Sorry, Izzy, pass auf. Geh weg. Hau rauf. Wir müssen einen Schlachtplan machen, okay? Ich geh hin. Ich geh hin. Ich jag die sozusagen. Oder ich hau die. Warte. Kommen die hierher? Aaaaah. 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 Izzy. Es sind zu viele. Ich krieg's hin. Das sind die PvP-Profis, Alter. Ohne Witz. Das ist zu krank. Das ist okay. Ich hab's geschafft. Ich hab ein paar Stücke gekillt. Bei mir sind noch welche. Junge, Junge, Junge. Aber nicht mehr viele. Alter Schlappen. Alter Schlappen, ey. Was ist hier gerade passiert? Warte, ich esse noch mal gerade einen Goldapfel. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Das gibt's nicht. Wirklich. Das ist ja krank. Komm her. Zack. Bist du bei mir? Ich bin, ich bin, weiß ich nicht, ob du das bist. Ne, du hast Klamotten an, ne? Du siehst mich ja nicht. Doch. Ja, die Errüstung, genau. Du hast Klamotten an, vor allem. Okay. Da sind noch ganz, da sind noch ein paar. Da sind noch ein paar. Wo bist du, Izzy? Wo bist du? Oh, ich hab sie. Ich hab sie. Ah, da bist du. Okay, alles klar. Da vorne sind noch welche, Lars. Komm, lass die Letzten holen, okay? Ja, let's go. Easy. Hast du noch Dings? Hast du noch Potions? Ja, nein, hab ich nicht. Okay, nice. Aber da ist, glaub ich, die Letzte. Ne, das sind... Lars. Was ist? Da sind einfach noch mehr. Oh, oh. Ja, wir müssen da rein. Izzy, ich glaub, da geht nichts dran vorbei. Okay. Gold Apfel essen, Lars. Ich hab, ich hab keinen mehr. Du hast keinen mehr? Let's go. Warte, ich hab's nicht genug. Ich zieh die, ich zieh die, ich zieh die. Du siehst du? Ahhhh. Ahhhh. Ich sterbe gleich, ich sterbe gleich. Ich hab mich selbst gekopwebt. Okay. Ich krieg's hin. Ich schaff das. Mama. Ich, ich liebe dich, Mama. Ich schaff das. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Izzy. Ich schaff das nicht. Nein, du schaffst das, Lars. Okay, ein. Du darfst nicht sterben. Letzte Izzy. Lass dich nicht von Izzy besiegen. Letzte Izzy. Letzte. Izzy. Und Ende. Huh. Okay. Red, ich muss jetzt kurz mal regenerieren wieder. Ich seh, wie du die da immer noch wegschnetzelst. Hier sind noch ein paar. Ein paar. Okay, was hab ich hier noch? Was hab ich noch? So, alle laufen mir hinterher. Und. Eins. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. nur noch ganz, ganz wenig. Und danach kommt noch der Endboss Izzy. Der Izzy-Endboss kommt da. Yeah, wir wollen den Izzy, den Izzy-Boss. Der Boss ist Izzy. Okay, noch drei Stück hab ich hier vor mir. Zack und zack. Boom! Alter, das war zu krass. Wir gegeneinander. Ja, ja, klar, du musst alle Izzy's besiegen. Ich gehör dazu. Oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Okay, Izzy, ich würd sagen, wir tun uns jetzt noch mal ein bisschen besser vorbereiten und dann kommt der Endboss. Und jetzt gegen den Endboss Izzy. Das Tor wird sich öffnen lassen. Ich rahl. Mach schon. Eins. Oh, ich muss eine Karotte essen. Oh mein Gott. Alter, weißt du, wie komisch das ist, gegen eine Riesen-Izzy zu kämpfen? Die kämpfen nur gegen ihre Füße. Wir nehmen das ihr Zehen. Die Range ist halt zu krass. Die Range ist halt zu krass. Wir holen sie, wir holen sie. Alles gut, alles gut. Ich hab fast kein Leben mehr. Ich hab fast kein Leben mehr. Ich muss hier weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Doch, doch, die macht mir zu hart und die Mücke. Ich hab sie. Was? Du hast sie besiegt? Ja. Izzy tötet Izzy. Izzy hat Izzy besiegt. Die Manny Izzy hat die Riesen-Izzy besiegt. Yeah. Izzy, ich bin stolz auf dich. Freunde. Dankeschön. Das war, glaube ich, einer der heftigsten Kämpfe, die wir jemals hatten, hier in dem ganzen Ding. Falls ihr Bock habt auf mehr, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, gegen wen wir als nächstes kämpfen sollen. Ich und Izzy machen die anderen fertig, die anderen Mutanten. Vielleicht machen wir sogar mal ein Mutant-Lars oder sowas. Keine Ahnung. Freunde, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.